Musik Sämtliche rund 1800 Heimatwerk-Lagerprodukte werden im Zentrallager bei der Stiftung Zürichwerk bewirtschaftet. Musik Die Mitarbeitenden vom Standort Baslerstrasse übernehmen das gesamte Handling vom Wareneingang über die Logistik und Verpackung bis zum Versand. Musik Das Schweizer Heimatwerk vermarktet einheimische Anwärtskunst. Damit Sie sich auf Ihres Geschäft konzentrieren können, nehmen wir Ihren Webshop, das Lagermanagement und Logistik von A bis Z. Musik Ich arbeite gerne Webshop. Ja, ich habe so viele verschiedene Sachen gemacht und auch Spass daran. Musik Mit der Stiftung Zürichwerk haben wir einen zuverlässigen Partner für unsere anspruchsvolle Logistik, mit denen wir die Werte, Lokalität, Nachhaltigkeit und Qualität teilen. Besonders toll ist der Einsatz von den Velokurieren, mit denen wir CO2-Nautrad beliefert werden. Es macht Spass, dass Sie und passt einfach. Aus dem Zentrallager gelangen die Artikel per Velokurier Ihres Lieblingsgeschäft oder per Post direkt in Ihren Briefkasten. Musik 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 Musik